So, jetzt gilt es, die Konzentration aufzubauen, den normalen Startablauf zu vollziehen, sich aufzubauen, die Spannung im Körper aufgießen, den einen Moment auszurichten, in dem das Startband nach oben stellt, um dann in die erste Kurve zu sprinten. Aber das haben sie tausende Male gemacht, alle, wie sie da stehen, und das kennen sie. Konzentration aufzubauen, das ist ein bisschen nach vorn, aber Schimon Mosler kann nicht ganz folgen. Vielleicht hat er die Chance nochmal anzugreifen, da kommt der ungestüme Angriff von Kolenjagd. Und hat auf jeden Fall Schwung auf der Gegend gerade, reicht der aus noch nicht. Vorne hat Jesper Wimunberg einen Vollfuß, aber da gilt es, um den einen Punkt zu fighten, und der ist natürlich genauso wichtig wie jeder andere. Angriff, Schimon Mosler, komm, außenrum mit Schwung, ziehen wir an euch, Junge. Das war der Tor gegen er von Marcel Helfer, aber er hat es gefunden, der junge Pole. Jetzt gilt es, diesen einen Punkt zu halten, Angriff, abgewählt von Jesper. Ja, das macht es. Jesper Wimunberg holt den Sieg, und ganz wichtig, und das hat er wirklich gut gemacht.